Putin hat diese Drohnen geschickt, weil er in diese Debatte Harris gegen Trump oder Trump gegen Harris, wie man es gerne möchte. Oder gibt es da tatsächlich irgendwo eine Lücke, wo wir durchschlüpfen können und zwar ganz geschmeidig. Aus ihrer Bahn geraten und dort ganz dümmlich zu Boden gestürzt. Russische Drohnen, angeblich russische Drohnen, sind dabei erwischt. Fotos sind hier als Beweis, ja, Entschuldigung, 180 Grad gedreht. Die Ukraine oder die NATO schicken eben Drohnen. Ja, liebe Leute, sind wir schon beim nächsten und letzten Thema für heute. Stellung, ein Fakt, ja, mit einem dicken Ausrufezeichen. Ich meine, ihr habt es genauso mitgekriegt wie ich. Keine Kontrollen der Grenzen, warum auch immer. Neuer Weg, den wir alle gehen müssen, sagen würde, 360 Grad. Ja, liebe Freunde, nächstes Thema, da brauche ich nicht auf dem Bildschirm starren, der da vor mir ist, hier. Ja, ATTEC MS losrichtung Moskau, grünes Licht, ja. Und vor grenzüberschreitender Kriminalität. Seht ihr, es geht doch. Wahlen anstehen, that's the point. Wir werden, weil wir in Deutschland ein Problem haben. Ja, welches Problem haben wir denn? Wobei ich Möglichkeit Nummer zwei eigentlich ausschließe. Wo die Russen eben gesagt haben, nein, das steht bei uns gar nicht auf der Aktion. Mega große Portion Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Wir werden, wie das tun wirДа. Supert teenig. Shawn nicht bald, kann man das scanned oder ist überschreitend zeich. Das ist das, was auch immer noch stärker ist. Das ist alles, was wir hand zrobić. Wir werden, weil wir das abhighst und wir sind."